Ich schweife ab. Also, meine Eltern. Es war sehr schwierig, sie zu begeistern. Ja, ich komme heim. Ich sage, Pap, guck mal, ich habe eine 2 in Mathe. Dann sagt er, warum keine 1? Dann komme ich heim, sage, Pap, guck mal, ich habe eine 1 in Mathe. Dann sagt er, wie viele Leute haben noch eine 1? Ich komme heim, ich sage, Pap, ich habe eine 4 in Mathe. Aber die anderen haben auch eine 4. Die anderen interessieren mich nicht. Schön, danke, dass ich nicht alleine bin. Ich kann euch trösten, das hört nie auf. Es ist heute noch so. Ich sage, Pap, guck mal, ich bin im Fernsehen mit Olaf Schubert. Ich bin im Radio, jeden Tag. Hörst ihr an? Dann sagt er, wäre ich so witzig wie du, hätte ich das auch geschafft.